Ich habe jetzt mal zwei Diamantspitzhacken gemacht, auf der einen habe ich Effizienz 3, auf der anderen habe ich Glück 3. Jetzt mit der Effizienz durch den Fels, bis ich was Gutes finde und dann geht es Glück drauf gestimmt. Ja, das habe ich ähnlich gemacht. Ich habe eine Diamantspitzhacken mit Haltbarkeit 2, Effizienz 4, mit der gehe ich Stripmine und dann habe ich noch eine dabei, die hat Effizienz 1, Haltbarkeit 2 und Glück 1 und wenn ich dann Diamanten finde, dann packe ich die an und rube die damit aus dem Berg. Ich habe jetzt noch sieben Diamanten über und die zu reparieren kostet halt immer auch sauviel Level durch die Rundverzauberung. Um die zu reparieren, lege ich glaube 32 Level hin oder so. Und das ist auch mein heutiger Plan, ist deshalb eine XP-Farm zu bauen. Ich habe ja hier das letzte Mal schon versucht, eine geile Mob-Farm zu bauen, das Ding ist aber, da spawnt einfach nichts drin. Ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Deswegen versuche ich heute mal eine andere XP-Farm und zwar mit Bambus- und Kaktus-Abbauer. Also da wächst dann quasi Bambus und Kaktus, das befeuert Öfen, der Bambus wird zum Brennen benutzt und der Kaktus wird verbrannt. Dann ist es halt so, wenn ich die Öfen leer mache, dann kriege ich es ja auch Erfahrung. Ja, so funktioniert meine an sich ja auch, nur mit Seegras und das funktioniert dann eben nicht mehr. Naja, ich probiere es mal aus und wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt so. Okay, und ich merke gerade, ich brauche ein bisschen Holz für die Geschichte. Ich brauche nämlich 22 Trichter und das entspricht 22 Drohnen und das entspricht 8x22 Holz. Und einigen an Eisen. Ach, Eisen, Eisen habe ich genug. Hier ist es. Alter, wo sind meine ganzen scheiß Hühner hin? Warte mal, hier ist ein Creeper, der steht hier rum und hat ein Schild auf dem Kopf, auf dem TNT steht. Ja, ich habe schon wieder den scheiß Bug mit den Tieren. Ja, die stehen da auch wieder regungslos. Ich habe hier einen eingefrorenen Creeper, der auch nicht explodiert oder sonst irgendwas macht und ich kann ihn auch nicht schlagen. Ja, und die Mops sind wieder verbuggt. Vor allem hatte ich hier heute Mittag irgendwie 40 Hühner, jetzt habe ich noch 4. Wo auch immer die hin sind. Also ich war es nicht, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Creeper hier. Okay, es ist alles verbuggt. Ich kann nichts abbauen. Also ich kann schon was abbauen, aber es droppt nichts. Ja, bei mir auch. Sollen wir beide vom Server runtergehen? Ja. Eli legt mich in die Party ein. Ich glaube, der hat das noch nicht mit den Partys gekauft. Ich auch. Oh ja. Problem ist, nur da kommen wir auf dem Server nicht drauf. Der Tobi hat sich ja kaputt gemacht, oder? Ja, gewiss. Das ist ja alles kurz und klein gehauen hier. Der Fickerei von den Fischers. Ich gucke mal so lange hier in dem Marketplace nach Texture Packs. Weil das wird mir gerade, aber es sieht scheiße aus. Ja, das ist echt nicht geil. Wie wäre es einfach mit Minecraft Classic oder Minecraft Texture Update Beta? Aber nur, wenn das Classic so wie Schindlers Liste ist. Was? Vor allem, wenn wir jetzt bei Hitim bleiben würden, dann könnte ich mal eine ganze Burg nochmal neu bauen. Weil in dem, was wir vorher hatten, sah der gebrannte Stein geiler aus als der Cobblestone. Und jetzt ist es genau andersrum. Scheiße. Wir können auch das Texturpaket super süß kaufen. Nein. Wir können hier aber allein vorm Zug gucken einen Zuckerschock. Aber das muss der Philipp dann noch aktiv... Ich habe keine Ahnung, was für eins der da jetzt aktiviert hat, aber... Star Wars. Star Wars. E, Chris und... Achso, der redet mit Fabi, hä? Ist der Fabi da, Jimmy? Jimmy. Jimmy. Der hört dich nett. Ich glaube, der hört schon, aber... Der hat es auch stumm gemacht, gerade, dass er einfach so ist, wie ich es angehört habe. Jimmy. Jimmy. Das Ding ist natürlich, dass wir können weitermachen, bis der Philipp den Server noch startet, ne? Er ist gerade eben mal eingeladen. Das kam noch nicht. Wieso geht der Server jetzt nicht? Also ich habe das akustisch schon verstanden? Tobi und ich waren halt drauf und plötzlich haben die Mobs gebugt und ich bin da noch rausgeflogen. Ja. Jetzt kommen wir beide nicht mehr rein. Okay. Oh, ich glaube, jetzt klappt's. Ja, bin wieder drauf. Ah, ja, dann probiere ich auch mal. Oh, jetzt bin ich aber wieder ganz zurückgesetzt worden. Ja, also die Mobfarm-Video, wo ich mir angeguckt habe, das kannst du auch vergessen. Das ist nämlich für 1.17 nicht mehr geeignet. Oder das Ressource-Bergis, aber... Ich habe mir auch Videos über eine Mobfarm angeguckt, aber das ist dicke Scheiße. Ah, jetzt sind auch alle Hühner wieder da. Ja, nun habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll, weil... Also EP-Farm kann ich nicht bauen, weil die alle nicht mehr funktionieren in 1.17. Und Burg will ich auch nicht weiterbauen, weil wenn wir jetzt halt das Texture-Pack wechseln, dann kann ich die aus ganz anderem Material bauen. Ja, wir sollen einfach auf das Texture-Pack zurückgehen, wo wir vorher waren, oder? Ich fand das eigentlich ganz cool. Gut, eine Möglichkeit, EP zu farmen, ist halt jetzt zu sagen, ich mache eine Hühner-Farm. Weiß ich halt nicht, ob der Server da mitmacht. Guck mal! Wenn du das Spiel wieder schauen willst. Weil das Geile ist halt, Hühner kannst du einfach füttern mit Samen. Die vermehren sich teilweise selbst und die legen Eier, die du schmeißen kannst. Und wenn du hier einmal mit dem Messer durchrennst, bei so 100 Hühnern, kriegst du Erfahrung. Oh, heute war eine Erfahrungsreide, da für mich Eier war auch immer, hast du ja gemacht. Ich habe Hühner abgeschlagen. Vorher mit Samen beschmissen. Heute habe ich so viel gelernt. So, rauf die Gefahr, in der sich das irgendwann alles nochmal neu bauen kann. Das andere Material, mach ich dann jetzt mal mit meiner Bosch weiter. Und alles kann es hin, hier. Scheiße, der Bosch. In der Mini hier ein Endermeld, willst du mich eigentlich verarschen? Achso, das ist übrigens, äh... Christin, könntest du auch sehen, mein Mobfarm-Turm. Ich habe nämlich genauso wie der Jimmy da 80 Blöcke hoch gewartet. Aber es ist nichts gespawnt. Dieses, äh, Kack-Ding mit dem Wasserfall dran. So, und ich brauche jetzt erstmal hier den Kack-Turm ab. Der sieht nämlich ultrabeschissen aus. Der sieht aus wie ein Arschloch, ey. Ja, gewiss. Hure, Hure, dumme Hure. Hure, Fotze, du Nutschensohn. Du Arschloch. Hättest du den Jetpass kennt? Der Jetpass hat schon noch beleidigend ist, damit er im Flow bleiben kann. Für das Texture-Plexe geht nicht beschissen aus. Alter, was habt ihr ein Kack-Huren-Pockets hier gemacht? Der hat mich voll runtergeweckt, die... Wenn ich das nicht gut finde, ich finde das auch nicht optimal. Ich war aber das Einzige halt mit 64x64, was nicht irgend so ein Fantasy oder modern Scheiß-Dreck war. Moderna? Ich hätt gern Astra. I don't know. Rakete, oder? Astra-Rakete. Astra-Senegal. Senegal, scheißegal, Buppertal. Also Zer... Ne, das war nicht dabei. Heute billig, morgen teuer. Helmut Dunkelmut, das war der Story, oder? Ja. Dann gab's noch andere Farbe. Der fliegt jetzt gleich raus. Warte mal. Warte, ich kämpfe gerade gegen Creeper jetzt, ohne Scheiß. Dann mach ich jetzt direkt. Skeletten-Fact. Zauber der Goldriss in den Namen. Kann ich jetzt? Ich bin soweit. Jo. Alter, da ist ein Zombie, der klaut mal rein. Dem Arschloch erwatschen. Disgusting. Ich drehe dabei. Jawoll. It's my boy. Das Texture-Pack sieht viel besser aus. Danke, Philipp. Bitte, du vollzähl. Arschloch. Also die Location ist zwar geil, aber hier musst du noch einiges auffüllen. Wobei, ich könnte das auch als unter-edische Gänge nutzen. Mal schauen. Du kannst einfach dein dreckiges Maul halten, aber... auch nicht viel. Wie talkst du eigentlich mit mir? Ja. Woher ist das nochmal? Bud Spencer und Terrence Hill. Und zwar... Ich glaube, probate ich mit Sanit fährt. Oder nee, warte mal. Ist das nett? Ja, ist das auf jeden Fall ein Problem. Ja, aber... 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 Könnte auch die Rechte und die Linke des Teufels sein. Oder... Warte mal, wie ist nochmal der andere? Was ist denn? Vier Fäuste für ein... Halleluja. Weil das ist zwar... Man müsste am besten... Kann das jetzt mal jemanden finden, wo man so Sachen rein summen kann. Und dann sagt ihr die App, das Lied ist das. Und das bitte, das ist doch dein Ernst. Alle, die könnten wir programmieren und wir nennen die einfach Schasum. Ja. Das wäre geil. Summen. Der Philipp kann da was machen. Wofür haben wir den auf die Programmiererschule geschickt? Ich hab noch nicht für einen Abschluss in irgendwas. Ach so, wo war das? Entschuldigung. Ich bin quasi der ungelernteste Bauer hier in der Gruppe wahrscheinlich. Ja, nicht nur wahrscheinlich. Ich bin der ungelernteste Bauer. Und womit? Mit Recht. Jungen, kriegst du ja nicht trotzdem noch am meisten Geld für die Scheiße, die du fettst? Schuld. Ja, Tobi kriegt mehr wie ich. Ich krieg den Kock im Arsch. Ja gut, ich auch. Aber ich krieg da Geld für. So, ich hab den Silberdachs unbetreten. Nein, ich schieße den mit einem Plantierfeil in die Fresse. Der kippt oben, steht auf dem Rett weg. So, perfektes Fell im Arsch. Tittendachs. Tittendachs. Was für ein Dachs? Tittendachs. Alter, was schiebt da sein Headset in die Pupps? Alien. Scheiße. Unser Hauptkommissar. Was tun sie mit ihrem Headset tun? Headset in die Pupps. Wenn ich jetzt hier so das Geriffsgebäude hinbaue, ist Nickels Bude halt komplett einfach ab vom Schuss. Hier, sei mir nicht böse, aber Nickels Bude ist mit Abstand das schäbigste Haus und Ben hat ein Scrap-Hole. Also, da weißt du's halt. Ja gut, ich sag mal so, das Bama von Christian Testato ist jetzt auch nicht gerade der Bruder. Jo, aber das, was der Nickel da gebaut hat, dieses mit Gauben drin und weiß nicht, ich weiß nicht, was der damit... Naja, hier, mir ist ja egal, diese Birkenstämme da, Alter. Wo ist das denn da? Also Birke. Also Birke gebaut. Ja, der Nickel hat doch da so Birkenstämme hingezimmert, als... Ja. Ja, ich sag das. Ja. Ich überleg hab mir auch den E-Mock zu kaufen, um ehrlich zu sein. Zu kaufen, Alter. Macht euch doch einen Skin selbst, weil der ladet einfach einen Runde, ey. Was geht denn auf der Xbox? Ich hab hier so einen Kosten-Rose genommen. Ich geh hin auf der Xbox, nicht. Ah ja, ich bin ja nicht so ein Großverdiener wie du. Was soll ich machen? Ich hab so einen dreiköpfigen Schlamm-Skill genommen. Ich hab so einen dreiköpfigen Schlamm-Skill genommen. Kennst du diese Fische, die unter einem Hai her schwimmen, Chris? Ja. Wenn du das beim Jimmy machst, dann kriegst du Gold, Eisen, weil der schmeißt immer zwischen dir irgendwas weg. Der schmeißt doch die ganze Zeit Gold, schmeißt er hier in den Fluss rein. Ja, das fließt doch mit Gold. Der behält eigentlich nur noch Diamanten. Also im Prinzip, shit brauchst du nicht mehr. Der ist ein, aber er braucht einen Tuschen nicht. Okay. Ähm. Aber Philipp, wenn du das hier mittig platzierst, wäre es nicht sinnvoll, das rund zu machen? Ja. Das hier sind die... Äh. Ich hab was. Sind die aus Marzahn? Das sind die aus Marzahn. Aha. Waschiru, Bebe, Waschiru, Bebe. Wäre das ne Kirsche, Philipp? Ne, ein Gerichtsgebäude. Vielleicht wirst du da nur gerichtet. Oh Gott, das war es noch. Ich schwörde es.. Ähm. Alter, ich hab jetzt schon verkackt, man. Nee, warte. S war gut. Ich wöde es breiter machen und nicht so hoch? Also ich würde sagen, ich hab was hier. Also ich würde sagen, wir haben keinen Platz, deswegen hatte ich das so hoch geplant. Alter, immer wenn du bei Age of Empires so ein scheiß Gerichtsgebäude platziert hast, ging es immer so, heyja, heyja. Heya, Mamba, Oli. Nee, die haben gesungen, hey, heyja. Genau, richtig. Eins rein. Heya, der hier muss eins rein, der muss C-A. Heya, man, wie dumm. Hey, der war doch richtig hier da. Hey, C-A, wie? Was? Es gibt auch eine Version von Outkasten, wo die einfach 10 Stunden immer nur, Komma, 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 Komma. Komma, 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 komma. Du bist ein schwarzer Gäule. Hey, Uli, wo bist du gerade? In Red Dead Redemption. I love it. Stein. Strayer, kommt das von S-Strayer? Rad, Stein, Schaloch. Irrer, Stein, Schaloch. Kacke, Brennen. Ach, nicht, Stein, Arschloch. Fick dich und halt dein Maul. Wenn der Uni ja nicht so viel Spinne und Schlange und Zeug spinnert, Wär er ja richtig ganz viel aufziehen. Ich sag das ein Nickel, Alter. Hast du jetzt auch noch im Spiel Angst vor Spinne, oder was? Alter, ich war eben oben, was? Nein, Australien, Junge. Was? Was warst du denn jetzt auf Australien, Christian? Digga, hörst du mir eigentlich zu? Der Tobi, der Tobi. Ja, aber da hab ich gerade nichts geschickt in die Kauk, und? Wenn da ohne, ich dachte, wir sind da unten in der Miene bei Minecraft, hab ich dir irgendwie gedacht. Nein, die Spinnen kann man ja totfloppen mit dem Schwert. Und dann meint der Tobi, ob du auch in Minecraft jetzt Angst vor Spinnen hast. Ach so, nein, nein. Das ist okay, die sind ja nur virtuell, das ist okay. Wer hat hier meine Treppe abgebaut? Welcher Hund? Sorry. Wisst ihr, was der mir erzählt hat, der Thorsten? Der Tobi, was? Das dürfte ja bei keinem sagen. Philipp, Vorhang, Force Power, Maximum Performance, Piercing the Night. This is Black Sunshine. Oh, ich glaub, die kann keiner beißen. Also, falls es hilft, ich hab vier Stack Kupferblöcke. Was soll das helfen, bei Depressionen, oder? Ich hab mal so einen Stapel rüber, Philipp. Was machst du dazu? Ah, nö, ich dachte, wenn ihr da was draus bauen wollt, für eure Kathedrale. Ist das quasi wie so der Schiebeturm von Pisa, nur nicht schief? Also, ein Turm. Oh. Und einfach nur noch der Schiebeturm von Philipp. Der Turm von Philipp. Das ist wie der Schiebeturm von Pisa, nur nicht schief. Das ist der Schiebeturm von Pisa. Von den Kraden, wenn du weißt, was man. Oh! Ich hab von irgendwas abgeschossen. Was war das? It's normal. Zweifel, was? Hier steht ein Jimmy mit einem Bogen in der Hand. Ich denke, ich hab den übel. Warum läuft der denn so komisch? Was ist das denn? Warte, warte. Zeichen ist mal aufgeschossen. Hahaha! Hahaha! Alter! Philipp, was hast du denn da für ein Zeichenwerk gezeichnet, du? Alta! Das sollt da dir werden, aber dann... ...wurden meine Pläne zerstört. Von dem bösen, bösen Purche. Ja. Scheiße. Scheiß Arschloch ey. Das hier wird der ultimative Cunt-Hau Der fucking Cunt Cunt Putzen Das U ist so ein M Cunt Was? Brown Dairon Was ist denn jetzt schon wieder? Dairon Welcher war das? Ich schwöre es, ich kriege aus dem Game raus Wir bald haben ein Gericht Dann werden die Leute verknackt Was ist denn für eine Distanz? Ich bin ja 100 Meter über dem Boden Wie viel Leben hast du noch? Vier Erstmal was Ey, warum sind denn schon wieder keine Rage-Wichser Raid-Wichser hier gewesen? Weil wir hier gerade Ein Gericht waren Das sind Lawless People Haben die da Respekt vor? Sind die bisschen Ottos, aber haben wir Respekt vor dem Falsche Richtung, Christian Wo bist du? Ey, von dir hat ja auch jeder Respekt, wenn du in Uniform bist, weil ansonsten nett War der Trost, der war frech Moos Ich hab's in der Schuss Ja, da haben wir noch Dietrich gebaut, könnte das sein Du bist so blöd Oh, knapp Ein Ticklische Höhe Ey, haben wir noch, haben wir noch Dairon? Ich hab noch Aber wir sind noch hoch genug, oder? Ja, ich bin jetzt noch verhebt Echt? Hast du keine Pfeile mehr, deBat? Ehm, mach ich Warte Hat er mal Pfeile? Aber, nein, 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 nein Der hat als erstes angeklagt. Naja, wo kein Kläger, da kein Richter, Philipp. Das lässt sich jemand einklagen. Christian! Ey, du klage! Der hat da auf mich geschossen, ja? Der hat da auf mich geschossen, will ich mir kurz anmerken. Er hat halt nur nicht getroffen. Dafür gibts dir das Gericht. Philipp, ich hab keine Ziele mehr. Außerdem hab ich dir gesagt, du sollst was essen. Halt dein Trauzen, ich hab nix zu essen. Dieurid kann ich euch liefern, hab ich Kisten voll. Christian, guck mal her. Wir haben auf der untersten Ebene 1, 2, 3, 4 sichtbar. Richtig? Ja. Ja. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, jetzt brauchen wir 8. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Wie auch, Mann. Guck mal, was ich dir da hingelegt hab. Ey, sichtbar. Lecker Fleisch. Sicher? Ja, toll, mein ganzes Scheiß ist weg. Das Ding ist nur, das zählt ja auch für mich. Zähl mal die Säulen, die du stackst. Weißt du, wie weit verteilt das ist? Ah ja, du bist halt oben drauf gestorben, gell. Was brauchst du dann, mein Bub? Was könnt ich dir dann lieben? Art, was hast du verloren ab? 7. Ach, fuck. Also 6. 5 sichtbar dann, Philipp. Jimmy, wir meinen ganz unten, ne? Ja. Ja, wir haben 5 sichtbar unten. Minus 2. Minus 2. Guck mal. Braucht ihr den Diorid roh oder gebrannt? An der Eckstreifen. Äh, braucht ihr da überhaupt? Poliert. An der Werkbank. Du kannst, ähm, den Kranz noch schließen. Ich hab aber nix mehr zum Schließen. Ich hab nicht mehr diese Ziegel. Äh, 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 äh. Hab ich dir eben gesagt? Ich hab überhaupt nix mehr, außer 31 Diorid. Baba, kommt schon. Ey, dann nimm grad hier den Dreck von Philipp und die Ziegel mit hoch. Warte mal, Tobi, bevor du dich hochbaust. Guck mal, ich bin hier oben. Huuu. Was bist du denn für ein hässliches Kacktal? Ich bin an der Schlange. Du siehst aus wie meine Mama. Haha. Hallo Mama. Hi. Was ist das denn hier? Ach, dann ist mir immer noch der Kack Milchshake. So, willst du da hoch oder soll ich da hoch? Beim Milchshake bringen sie da was zu dir aus. Oh mein Gott. Schein hier. Nimm mal neben. Wie komm ich denn so auf das behinderte Kacktal hier? Muss ich hochbauen. Muss ich hochbauen. Oh. 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 Hat niemand gesagt, dass das einfach geht hier. Du baust dich gerade. Ah ne, geht. Perfekt getroffen, der Herr. Wo ist er? Da. Jetzt schmeiß ich das Zeug runter. Also, was hat mir der Philipp hier hingeschmissen? Ein Steinziegel, der da. Ja. Danke. So, und warte mal, hier hab ich noch polierten Diorid für dich. Ein Stack, zwei Stack, drei Stack. Ey, das ist ein Träumchen. Und nochmal 40. Das ist ein Träumchen. Ich hab's poliert, oder? Herzlichen Dank. Äh, äh. Endemolieren. Du Arsch. Du hast mir meinen Dreckhübeln abgebaut. Ich bin ja keine Ahnung, dass du da runter willst. Alter, mein Chef der Gerechtigkeit geht bald den Arsch. Okay. Das war jetzt ein bisschen komisch. Es gibt, äh, wirklich mittlerweile Gerüste in Minecraft, wo du dann auch... Ja, ja. ... quasi so als Leiter fungieren, aber da brauchst du sauviel Bindfaden für. Oder halt... Du brauchst erstmal Bambus dafür. Bambus. Und das auch, genau. Und wir haben keinen... Also Bindfaden habe ich, glaub, tausend Stücke in meiner Kiste. Kann ich gern bitte in... Bambus oder nicht. Bambus oder nicht. Bambus oder nicht. Bambus oder nicht. I got... I got Bindfaden all in my chest. Okay. All over my chest. Yes. Also ich hab bei Red Dead Redemption noch mal, äh... eine Fuhre fertig. Da können wir bei Red Dead noch mal ausfahren. Ich hasse dieses Spiel. Bei Red Dead Direction. Red Dead Direction. Warum baue ich eigentlich immer so weit nach rum? Kann auch nur Schied gehen. Das gibt's so wichtig, so kleine Wichtigkeiten. Christian, wenn du ein Dach machen willst, musst du dir merken, dass du eine ungleiche... also eine ungerade Anzahl an Gebäudeblöcken breit baust. Du kannst zum Beispiel mit deinem ganzen Spitzdach machen. Ach, verfickte Scheiße. Gmeu. Gmeu. So, das gibt das Schieftuch von Pizza, oder? Das gibt das Schieftuch von Pizza. Lala. Lüchlein. Das ist Scheiße. Das mache ich nur für eine Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Unkacke. Wollen wir mal noch Schatten. Versuch, der wird vor dem Blick nach oben. Der ist jetzt von oben jetzt auf den Nickelsputzer. Das ist ja echt pottenhässig. Ich hoffe hier oben noch einen netten Tag auf mein Haus, auch wenn das Blinkrad nicht so nett aussieht. Ich muss jetzt nur hier runter kommen bzw. das machen wir hier oben drauf, soll ich hier zu machen? Weil wir könnten hier ne Kuppel drauf bauen. Reichstag mäßig. Wollt ihr euch da verkuppeln? Lächtig. 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 Ja dann.... Lächtig. Ich steck dich, ich steck dich, ich steck dich. Ich hab nix gesehen, wenn ich zugucken darf. Das ist mein... Das ist der Spirit. Das ist der Spirit. Das ist fucking disgusting. 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 Wie die Mutter dann zurückkommt. Willst du nicht flush, wenn du nix gesehen? Disgusting. Äh, sind da irgendwo unten Fackeln oder was anderes, was ich mit Wasser wegschwimmen kann? Sonst falle ich gleich. Rinder, du trafst dich ehrlich. Ein Herz noch. 28 Level. Das wär fast schiefgegangen. Ein Herz für Kinder. Tausendmal ist nichts passiert. Kein Herz für Ender. Verdammt, ich hab vergessen, damit dir die Dinger wegzunehmen. Aus die Fisch aus. Als K von den Kinderregeln an R machst, hast du eine Rinderregel. Und der... Danke für diesen gasreischen Anwurf. Gerne. Der Junge ist so blöd. Und verspart degeneriert. Ich wusste ganz genau, dass das zum roten Pferd ist, die Melodie. Geil, Junge. Geil. Boah, Krach. Rische Blitzmerger. Bergblitzer. Ich war mal auf dem Blitzmergerlehrgang in Nürnberg vor zwei Wochen. Da hat Risch was gebracht. Seitdem bin ich so hell. Von Null aus kann es halt auch nur nach oben gehen. Ei. Körms, Körmes. Körmes da. Körmes da. Körmes da. Körmes, liebe Körmes. 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 Yeah, und jetzt gib die mir alle Geld, weil das so geil war. Also hier in der einen Kiste, da sind zwar lauter Blumen drin, aber kein Gras. Und was schwätzt du? Wenn bei dir, Obbe, in der Wotze aussieht wie eine Küche. Bei der Küche, ja. Ja, da ist eine Kiste. Da sind alle Hand. Ich fasse auch nicht die Kiste. Was denn für Fässer? Och jo, gemäuhe. Gemäuhe. Soll ich dir was drin lassen oder kann ich alles haben? Gemäu, mofuck. Was willst du dir denn für ein Feld bauen, Alter? Ich will die Hühner füttern. Oh, stimmt, da wollte ich mir auch noch durchlesen. Ich lass dir ein bisschen was da. Hier, edler Herr. Du brauchst nicht viel da lassen. Edler Herr. Ich will nichts sagen, verpüß dich. Junge, das ist ein Nugget, Alter. Nugget. Nugget. Danke. Warum ist da oben ein Stein am Fehlen? Warum ist da ein Stein am Fehlen? Ja, mein Gott. Hat dich mal jemand mit dem Duden geschlagen oder was? Ja, mein Gott. Aber manchmal wär ich gern Inder. Aber dann fällt mir wieder ein, wie behindert Inder sind. Und dann bin ich froh, dass ich kein Inder bin. So. Okay. Wenn sie den Tiefdeals ruft, hi hi hi, wow, body dangerous! Nein. Aber diesen Under the Water Guy bin ich auch so. Help me, mein Under the Water. Hallo, help me, mein Under the Water. Ich bin der Süd, hab ich vergessen. Tobias, verschwinde. Du machst das Gitter hier rein, oder? Ja, komm. Komm noch ran, du Bitch. Fuck you, Alter. Finde ich gut, ja. Platz 4, ich fick die Bitch. Bist du denn, ich hab Eisen rausgenommen? Ja, ich will gerade mal gucken, wie viel du noch hast. Alter, Tobias, ich hab ein halbes Herz, lass den Scheiß. Ich hab dir ein ganzes Deck Scheiß-Rumsteg hingeworfen. Fress mal ein bisschen was. Halt deinen Schnauze. Kann nicht sein, dass immer, wenn du dich mal abschießt, dass du nur noch ein halbes Herz hast. Das passiert ja in Zukunft. In Zukunft ist das ein schlimmes Vergehen, Kollege. In Zukunft ist mir das Scheiß egal. Können wir den Hund denn mal steinigen oder so ein Scheiß? Ja, das kommt ja dann noch. Nein, die sind ganz lieber Hund, gell. Die sind ganz lieber Hund, gell. Die sind ganz lieber Hund. Oh, die sind Feini. Yo, der Haie freut sich, hat Herzchen. Ich mag. Ich hab hier mit Marmut geredet, du Bitch. Seh, die wird so hart rasiert. Wem ist das nochmal? Celo Abdi? Buschi. Buschi, Buschi. Nee, auch nicht. Doch. Nein. Fyllisch. Nein, der war mit dabei, aber das hat ein anderer. Wie hieß der nochmal? Animus, oder? Wenn das schon Bushido ist. Doch, ich glaub das ist mit Animus. Es ist Kermis. Ein Kind, oder was? Ronin, Bushido. Ja, das ist doch mit Animus, oder nicht? Ah ja. Mit Animus Prime. Erstmal retten wir nicht die Weapon. Die Weapon. Die Weapon. Ja, okay, der war nicht so gut. Gab schon besser. Aber nicht von dir. Was zur Hölle. Mach da erstmal ganz runter, Philipp, weil das sieht zu eintönig aus. Mach da los runter. Allerlau, Junge, ich geh jetzt zu Hause, macht da alles dicht, Junge. Nee, lass uns rum gucken. Mach mal hier, wo ich drin stehe zu. Alles, was ab jetzt passiert, ist reine Notwehr. Fuck, wo bin ich? Soll ich mal wieder mit meinen Bogen kommen, oder was? Dann war die Happy Capriolen. Lass mir die ganzen Scheiße liegen, Christian, dann kannst du die wiederholen. Rüdiger, keine Capriole hier. Come on, Terry. Terry, you're genial. Ich bin Cat-Piss-Ebbe-Fick, Alter. Ich krieg deine Mutter. Cat-Piss. Katze, Bieste. Ich verstehe das Problem nicht. Weil das Ding ist jetzt gerade aktuell eine große Mob-Farm. Bin ich geil, bin ich geil. Katze, Bieste. Das ist dann oben, würde ich das ehrlich gesagt nicht großartig anders machen. Ich würde es oben doch nicht komplett mit Gitter zu machen. Ich habe zwar jetzt Gitter gecraftet wie ein Behinderter, aber... Rathar, meinst du? Wenn du craftest wie ein Behinderter, dann craftest du ja ganz normal. Das ist ja unfair. Wir gleichen Augen. Hallo, die zwei kommen, komm, komm, fisch das an der Tür, Bruder. Wat? Ja, hab dich schon verstanden. Bleibt, Kev. Onigina, wie ist denn dabei? Pizza, Pina, Cola, da. Piche, Pache, Piche, Pache. Pizza, Pina, Cola, da. Boah, ich hab komplett meine Orientierung verloren. Bist du einfach im Orient? Ich bin fort. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Kleine Füge in und all. Die fügen keinen Ass. Und sind fast schon da. So, da kann man mal gucken, was ihr hier so geschafft habt in der heutigen Session. Sessione, Jumpione, Jumpione. Tobi, ich hab den langen Brief geschrieben. Und ich hab dich. Thomas Müller. Manchmal hab ich das Gefühl, alle lachen über mich. Ich weiß aber gar nicht, warum. Hier drin wird jetzt was gemacht? Das sieht aus. Ich hab deinen Arsch gebastelt. Ich weiß wie das aussieht. Wie bei den Ghostbusters oder wat? Schwert an. Das sieht aus wie ein riesen Kondom. Tony. He he he. In Cognac. Dingbong. Dingbong, kleine Helden aus dem All. Der Tag. Ein neuer Toner Tag. Ich bin fast schon da. Das sieht... Ich weiß schon nicht. Na ja, ist mega. Was? Mirkos Slomka. Der Morko. 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 Das ist ja. Danke. Das sind Lüge, die sind immer kaputt. Was will you do? Ich hab dich was gefragt. Liebte, ich hab dich was gesagt. Bruchstein, Bruchstein. Das muss vielleicht durch sein. Ich hab mir noch einen Bruch, du Schwein. Eikon, Wende! Was ist heute? Ab, 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 ab. Get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up. Im Sexmaschine. Ich dich, du dumme Schlampe. Weißt du, wenn du nix beizutragen hast hier, dann halt einfach dein dummes Maul. Nein. Da blieb auf. Bin für Son und du dumme Schlampe. So bin ich wieder dumme Schlampe. Ja, kümmer dafür. Mit meinem heutigen Werk bin ich eigentlich schon zufrieden. Das man die nicht immer gut geht. Das gibt eine schöne Festung. Weiß auch nicht, was ich hier mache. Aber da hinten, da kommen dann hier so ein Schmied und so hin. Da bin ich noch runtergezogen. Kann ich noch was mit Papier anfangen? Außer Bücher. Da ist auch schon gut. Na, was? Fülle! Schau mal! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Steht... Die Tüte doch schön wieder. Also, der Ente ist großartig. immer passiert oh philipp was denn hier passiert ist ja ganz viel wasser ja hab ich abgeführt muss man mal was zu phrasen kann ich doch was gebe der philipp ist eine kuh er macht mal einfach die paula ist eine kuh die macht sich einfach die macht so bullig der hat fleck ganze löppeln und auch schmecken schmecken ich hab gedacht schlecken ich habe auch extremen probleme diamanten zu finden bei den vielen strip mining gang die ich schon gebuddelt habe mich eigentlich zwei stacks haben aber ich habe gar nichts sick alles sick Bei mir läuft das traurigerweise so, ich baue mir eine Diamanthacke, gehe Strip minen und finde da... Du bekommst nur das wie die Diamanthacke wieder raus. Genau. Und bekomme am Ende drei Diamanten, die Diamanthacke ist kaputt, ich kann aber eine neue bauen. Philipp, da würde ich dich für deine Level töten. Warum funktioniert der scheiß Mob-Formel? Das kotzt mich an. Ist halt einfach leer. Ist halt einfach nichts los in dem Kack-Ding hier. Das Ding ist, der Mob-Ding-Gedöns hier an sich funktioniert. Ich hatte es schon dreimal oder so, dass ein Zombie da unten drin stand und den konnte ich mit einmal kloppen, mit der Faust kaputt schlagen. Das heißt, die Höhe passt, die Wasserfälle funktionieren, alles funktioniert. Das kann aber keiner. Aber hier spawnt einfach nichts und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Bis dahin erinnert mich nicht mehr. Ach, naja. Du hast ein Pärgerling. Gewiss. Du hast ein Pärgerling. Du hast ein Pärgerling. Du hast ein Pärgerling. Du hast ein Pärgerling, du hast ein Pärgerling. Vielen Dank.